Servus, hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Forz, in dem es darum geht, ja, sein Vorsicht aufzubauen und dann die Gegner zu vernichten. Viel Spaß mit dieser Folge, gemeinsam mit Reggie und Julian. Oh mein Gott, Alter. Aber jetzt haben wir wenigstens jeder seinen eigenen Turm, nur ich weiß nicht, welcher meiner ist. Ich nehme an, der obere ist meine. Ja, geh davon raus. Ja, passt, ja. Oben bin ich. Bauen wir mal die Scheiße. Ähm, kann ich? Ah, da oben. Ich brauche mehr Energie. Ja, man kann gar nicht... Ah, doch, da oben geht das, okay. Du, dann schau mal kurz zu mir. Obwohl, ich glaube, der Reggie weiß auch, wie es geht. Ah, okay. Das habe ich gar nicht nach oben. Oh mein Gott. Hä, wie lange dauert das alles? So. Mimimimi. Okay, da hat das eine coole Tür. Da dreht sich endlich der Spaß. Ja. Ähm, okay. Wow, die Frage ist halt, wie stabil ist der Scheiß eigentlich? Außer gar nichts. Warum das da unten nicht geht? Gibt das bei dir unten? Ah ja, du hast es geschafft. Okay, alles klar. Muss ich noch verbinden. So. 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 Wir werden es nie erfahren, Reggie. So, wie mache ich das jetzt denn? Das muss irgendwie gehen. Damn. Das lösch. Ah ja. Das geht halt trotzdem nicht. Fuck. Es nervt mich, dass ich überhaupt nicht daraus kenne mit dem Game. Okay. Ah. Dieses Menü. Muss ich das noch bauen? Ach, was soll's? Ich baue es einfach. Okay, okay, okay. Diesen hier. Diesen hier. Ah. Jo, wir schaffen das. Na, das glaube ich auch nicht. Glaubst nichts? Stimmt, die kriegen ich einfach zu stark. Oder für uns. Für uns Nubis. So, der Gerät kommt hier hin. Ah ja, und ich sollte vielleicht auch noch irgendwie Verstärkungen machen. Okay, das geht. Oh mein Gott. Eine Minute noch. One Minute Warning. Okay, das muss genügend. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Schaltet frei. Ah ja. Easy Frage zeigen. Oh, ich hab viel zu spät geupgradet, glaube ich. Das hätt ich viel früher machen müssen. Warum geht das nicht? Okay. Alarm. Alarm. Ich verstehe. Ich hab alles da, was ich brauche dafür. Ich schieß auf den oberen Luf. Du kannst nicht upgraden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Die Streuung ist aber... Oh, oh. Die Streuung auf der F. Auf Doom. Okay, da kann ich auch nicht zubauen. Fuck. Ähm. Wo ist das Waffen? Bam, 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 bam. Da ist wieder kein Platz. Ich hasse dieses Spiel. Okay, 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 okay. Geht das? Ah, da kommen Dinge. Die Schweine. Halt's auf damit. Da drüben. So. Jetzt wird zurückgeschossen, Alter. Alter, lol. Ich hab zu so... einem G1... Alter, wo ist denn das hingangen? Okay, so war jetzt der Ungut. Oh, da brin' ich, da? Hier, aber jetzt brin' ich. Was hab' ich da getroffen? Nix. Okay. Das ist nämlich ein Lowey. Ja, das ist alles so uninteressant, was du triffst. So. Was hab' ich gesagt auf 60? Okay. Here we go. Nein, nein, nein. Das war zu schnell. Zu viel. Zu Arsch. Oh. Oh, oh, oh. Alarm. Ui. Da brennt die Hütte, aber so richtig. Ähm. Am, 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 am. Scheiß drauf. Mali ist nur einmal im Jahr. Komm. Ei, ei, ei. Nur 2020 nicht. So. Halalala. Easy, Regge. Easy. Wo bist denn du? Gib Bescheid, dann weiß ich, wo ich im Schießen muss. Ich bin, äh, unten natürlich. Ja, das glaub ich da sogar. Ha. Da schieß ich jetzt gleich hin. Da warten. Da unten ist nämlich voll der Noob. Uua. Erstlich kommt da an die Lüderescape-Menü rein. Hab' ich immer Escape drückt. Ist komisch, ne? So. Material. Mach mal zu den Heaten. Ja, danke dafür. Blöden Affen da drüben. Oh mein Gott. Alter. Wer nervt's? Beste Konstruktion, ey, wa? Kurs. Halt, haben wir's. Halt, bist du gefickt, Drecki. Okay. Jetzt will man den Wasser kaputt machen. Willst du mal den Wasser kaputt machen? Ich will mich hier beschießen, ich mach ja gar nichts, ja? Ja, lass doch mal den Julien in Ruhe. Das tut mir auch nicht. Äh, Maschinen, Spaß. Also noch alles gut bei mir, alles safe. Das ist heftig. Okay, 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 okay. Jetzt läuft das. Äh, Maschinen, Heinzi. Noch einer. Kein Platz mehr. Kein Problem. Easy going. Ja, ich f- Ja. What the heck? Na, heiß bei dir? Ja, ein bisschen. Hehehe. Ähm. Oh, es moves. Geht das? Man weiß es nicht. Ah, der braucht noch eine Tür, sonst wird das nichts. Da. Ich gewähre dir eine Tür, so bin ich zu dir. So. Ähm. Hä, wie die hier? Gradon. Wie, wie, wie? No, easy. Halt, ne? Ja, ich bin überfordert. Na gut, der war jetzt nicht zu effektiv. Ah, shit. Ja, Julian. Was machst du schon jetzt, Julian? Alter, was geht? Was geht? Ah, oh mein Gott. Ich bin Downy. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich glaube, die K.I. hat mir irgendwie... Mit dem Laser reingeschossen. Oh, Mist. Ja, easy, Julian. Du machst das. Ich sehe schon, bei dir hat schon alles tippe doppi aus. Alter. Aber echt das. Oh mein Gott. Pass auf, da hat er Reflektoren installiert, der Wege. Ah, der hat fast überall Reflektoren. Okay, der war immer. Da war eigentlich auch einer, oder war der gerade im Bau? Ich weiß nicht. Ja, die Reflektoren gehen nur... Ah, der Kollege, ich schieke voll zu plumpen hier, Alter. Von oben. Du kannst einen Maschinen-Heinz hier oben hinsetzen, der die Schüsse abwehrt. Wenn du Ressourcen frei hast. Ja, Alter, ich kriege hier gar nichts mehr gebaut. Ich manage dich da jetzt. Hä? Ich habe gar nichts mehr. Ich kriege nicht mal mehr Strom ran. Ja, Anlag-Kick. Oben musst du reparieren, das steht in Flammen. Loll. Ich glaube, du hattest zu wenig Energie gerade. Ja, ich kann Kickern. Das hat deine Bay-Stütze auf mich runter. Ja, die sind wohl kaputt gegangen. Das muss das sein. Scheiße, ich kann nichts bauen. Ja, den muss ich wieder abbauen, damit ich Strom kriege. Du solltest vielleicht eher auf die KI gehen. Ja, obwohl, da wirst du nicht hochziehen können. Okay, nice. Deine Maschinenabwehr-Heinz hier hat was abgewehrt. Du kannst jetzt eigentlich schauen, ob es noch einen zweiten nimmt. Oh je. Oh je. Alter, der weiter. Na, der steht von oben alles zu Klump, ey. Ja, du bist jetzt getrennt von den Stromeinheiten da oben. Ja, ich habe auch keine Energie mehr unten, leider. Das ist ziemlich doof. Ja, ich habe auch gerade reflektiert, ne? Ja, ich habe leider... Man darf dich nicht verlassen auf diese Strom-Dinger. Hey, guck mal, den haut mir hier alles zu Klump, ja? Ja, ja, das ist schwierig. Drei gegen einen ist halt echt fies. Warte mal, kriege ich doch irgendwie Strom hier her? Du hast keine Windräder mehr, du bräuchst das... Ah, okay. Wieso habe ich keinen Strom? Ich verstehe das nicht. Woran liegt das? Ich sehe natürlich nicht da rein. Keine Ahnung, das ist nur ein Windrad. Ja, das andere hast du mir kaputt gemacht. Aber ich verstehe es nicht, warum ich... Ich habe sonst nichts weiter, was mir Strom kosten könnte. No, ihr habt mir sogar mal das Optimierungszentrum kaputt gemacht. Krass. Ja, gut. Ich kriege die Tür somit auch nicht mal auf. Ah, Julian, du hast so ein Ulti, gell? Der wäre bei dir gerade 3D. Da baust du schneller Sachen. Hm, okay, das sind wir gerade gemacht. Ich glaube, du reparierst doch schneller. Du musst die Verbindung oben wieder herstellen. Ja. Das Schöne ist, die KI kann, glaube ich, mit dem Laser nicht auf dich zielen. Also, das hätte er schon gemacht. Der kann ja nicht mal schießen, wenn die Türe offen ist. Was ist denn das für ein Blödsinn? Brauchst du für alles Strom, hä? Ja, frag mich mal. Ich glaube, dein Ulti ist schon wieder, reinig. Ich verstehe das nicht. Wieso kriege ich keinen Strom ran? Wo ist was nicht verbunden? Bei mir steht Max. Oh, der war schön. Ja, der war super. Alter, du hast ihn getrennt gerade. Und du hast seinen Reaktor, glaube ich, getroffen. Den er gerade wieder eingebaut. Und du hast gerade zu wenig Energie, glaube ich. Okay, KI snipert nur auf dich. All right, is good. Ja, jetzt kommt wieder der Mörser bei dein Ventilator. Gut luck. Ja, keine Ahnung. Du musst aufpassen, du darfst es nicht zu lange offen lassen, sag ich. Weil es ist der Moment, wo dann die Schüsse reinkommen, ne? Ja, ich weiß. Die Tür öffnen, die tun dann richtig weh. Sehr kurz, sehr kurz. Warum hat der Scheiß-Ding keine Energie, ey? Das kriegt mich ja die auf. Ähm. Scheiße. Ein Windrad ist down. Alter. Ja, ja. Ich weiß nicht. Ich verstehe es nicht. Warum kriege ich keinen Strom? Ich sehe schon, wie kein einziges Windrad-Räger. Auch wo ich vor dem Windrad stehen hatte, bevor es mir kaputt geschossen hat, habe ich keine Energie zusammengekriegt. Es ist nichts angestiegen. Keine Ahnung. Loll, hast du dich gerade in die offene Tür reingeschossen? Ich glaube, ja. Der KI. Ich sehe keine Schäden bei ihm. Dafür schaut es bei dir gerade nicht so gut aus. Sieht voll scheiße aus bei mir. Das geht alles noch. Oh je, dein Reaktor ist fast downy. Alter, das ist fast im Arsch. Aber ich bin mir enthalten mal länger durch als... Äh. Vorher. Du müsstest oben wieder zusammenbauen. Ja, ich versuch das gerade hier. Das brennt auch bei deinem MG-Schütze. Okay. Ich habe diese fette Kanone hier und ich kann die nicht benutzen, ja. Weil das... Die KI... Dann upgrade mal dein Ventilator ganz oben. Das Windrad. Achso, das warst du. Okay. Yes. Kann ich nie upgraden. Rechte Maus da ist da mit... Und dann... Kann ich nicht, nee. Alter, wie er immer wieder an derselbe Stelle schießt. Der KI-Type. Schwierig, schwierig, ey. Aber ich klein das langsam. Unten müsste es glaube ich auch upgraden können. Kann ich nicht. Ohne Scheiß. Ich habe nur noch meine Mienen stehen. Nichts und mein Strom läuft rückwärts. Trotz Windrad, was ich jetzt gerade gebaut habe. Das hast du gerade erst gebohrt. Ich habe Tempo minus 23. Was ist ein Debuff. Ich habe nichts hier stehen mehr. Nichts. Das ist echt witzlos. Okay, der wird gerade im Borsan. Sehr gut, okay. Immer feste Trufe auf dem Regi. Mein Scheiß. Meine Scheiß-Kanunde-Bang wieder funktionieren. Dann kriege ich richtig die Party hier. Kann ich dir was schreiben? Ah, Scheiße. Kann ich nicht. Nein, ihr Ficker. Das ist Laser-Kanone. Alter. Achso, äh, Regi. Ich weiß, warum du Minus machst. Ah, du brennst übrigens, Julian. Nice. Sollst du gleich sagen oder später? Du kannst mir gerne sagen. Du hast zu viele Reflektoren. Die gehen auf die Energie. Ja, das habe ich mittlerweile auch ausgekriegt. Ich habe jetzt vorhin alle mal ausgemacht und trotzdem Minus gemacht. Lol, der Hit war so nice. Auf die Stelle wollte ich dir gerade vorschlagen, dass du den Laser hinhauen kannst. Aber wenn es zwei drüber schaust, da sind keine Reflektoren. Das könnte man... ...was draus machen. Scheiße, du hattest zu wenig Energie. Da wäre jetzt auch... Das ist unglaublich, was die Reflektoren an Strom kosten. Ja, dafür sind sie halt auch geil gegen Laser-Kanonen. Alter, okay, jetzt sehe ich erst, was sie für... ...was sie für den Strom kosten, die Dinger. Genau, wenn du... ...habe ich vorhin gemeint. Genau, die waren unnötig, die zwei richtig. Gras, was hier an Strom brauchen. Irre. Ultias, wieder rede ich, wenn du gerade am Baum bist oder so. Ich habe jetzt einen anderen. Ah, Reparaturen zum halben Preis, okay. Interessant. Aber ich würde interessieren, was das für ein Luckshot war vorher. War auf einmal down. Ich weiß nicht einmal, wie das passiert ist. Achtung, vom Reingekompress. Zack. Ja, der Reingekompress, der ist immer auf dieselbe Stelle, oder? Ich wundere, dass deinem Geheims dir nichts tut. Ei, 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 ei. Alter. Alter, ich will Laser-Waffen, hast du bitte? Eine. Ja, ja, ja. 50 hat er da drin stecken. Warum kann ich damit jetzt nicht schießen hier? Ich verstehe es nicht. Du bist doch noch immer 1000 Reflektoren. Mit denen solltest du eigentlich schauen, dass die Reflektoren nieder schießt. Und anschließend müsstest du den Laser ins Gesicht drücken. Nur mal so Meta-Gaming-Tipps. Ich sehe halt nicht, was keiner so hat, ja? Äh. Reingek ist eigentlich im Arsch, der hat eigentlich alles kaputt. Ja, ich hab halt nix noch. Oben da die KI ist, die snipert nur hin und wieder schießt mit den Dingen. Aber du tust das eh ganz gut abgehören, die Mörser. Das geht ja ganz gut. Ah, fuck. Er hat gerade wieder aktiviert, das Ding. Ja. Das war gerade deaktiviert. Naja, er nutzt halt deine zweite, ist okay. Oben ist was kaputt gegangen. Aber ich glaube, das war nichts. Ja, okay. Ja, das ist doch ein Witz, ey. Mütze, ey. Ja, ja. Sehr schön. Ah, schade, du hast immer so wenig Energie. Deswegen fallen die Schüsse so kurz aus. Glaube ich. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, du reißt die Runde noch. Du machst das noch. Mal sehen, ja. Gut, dass wir kein Zeitlimit eingestellt haben. Stimmt. Wieso kann der jetzt nicht schießen, oder? Schieß doch, ihr... Jawoll, der hat ja gut geschossen. Das ist ein Genestchen. Im Reg ist der Alarm losgegangen. Oh, da hättest du drüber erzielen müssen. Ah, ich hab keine Energie mehr. Sonst will ich Energie, ja. Du könntest oben, wo der eine... ...seine Windrad steht, noch rechts rüber bauen. Und vielleicht noch weitere hinstellen. Ja, obwohl... ... du kannst vielleicht die Mörser nicht mehr so gut abwehren. Die drehen sich halt so wahnsinnig langsam, deine Windräder. Ja, ich weiß. Das ist halt... ...und das... ...wollt keine optimale Position. Nee, das ist scheiße. Das war nicht gut. Dann tut er sich echt schwer, wenn du den Rausschissen. Nein. Toll, da ist da oben noch eine Kanone. Der kann aber nicht mal rausschießen, der Typ. Weil, da ist die Tür zu. Unter dem Windrad. Ja, genau der, ja. Besser, ja. Ja, das geht schon. Ja, Reg, ich spart gerade auf was. Das macht sicher die Laserkanone gerade. Hm, ohne Fabrikgebäude und überhaupt. Ja, ist ob du das nicht schon irgendwo bauen könntest. Hm, guck dir mal meine Base an. Ja, ist... Ui, da ist der Reaktor. Genau da, es ist offen. Scheiße, so knapp daneben. Und zu wenig Energie. Eins drüber, alles noch ziehen müssen. Verdammt. Ja, da löscht er gerade der Reg und macht wieder zu. Ich habe gerade mal eine Miene noch. Komm, mach mich fertig endlich hier. Weißt du, was ich hier am Kämpfen bin? Ich spiele gegen zwei Leute, Digga. Ich mache ja nicht fertig, du. Ja, was soll das? Ich spiele nur noch rum hier. Ja, ja, ja. Leute, da hängt ein Holz rum. Alter, hier, lass mich doch hier mal in Ruhe, ey. Die Windräder oben sind da. Bei dir zeige ich das Strom-Bull-Problem nicht, Julian, irgendwie. Oh, what the fuck? Fuck you. Nice. Mein Reaktor war ja schon fast hingewiesen. Ah, nicht den Laser. Ah, jetzt kommt noch mit der Laser an. Er hat die ganze Zeit bei Laser auf mich geschossen. Ah, da hat er wenigstens eine Kapte. Er hat keine Strom-Probleme, das... Ah, gut, er hat keine Reaktoren, da. Die unterste Kanone kannst du jetzt, glaube ich, vergessen. Ich kann alle Kanonen vergessen, keiner schießt da hoch. Ja, gut, dann würdest du abmontieren, wenn die nicht... Ich glaube, die verbrauchen Strom oder so, ne? Nehme ich an. Warte, ich brauche dir bei dir Ressourcen. Ich brauche einen Ressourcen-Bunker, um das Zeug aufzunehmen. Geräte, ich brauche Materiallager hier unten, hier, ohne Ende. Ach, du. Du wurdest gelasert. Aber er kann nicht tiefer laser, ne? Im Prinzip kann er eben das abtrennen. Das stimmt, er kann nicht tiefer, ja? Ja, 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 aber mit dem Mörser kommt er immer wieder zum Reaktor hin. Wahrscheinlich wirst du auch Mörser brauchen. Und einen Laser, der vielleicht höher ziehen kann. Keine Ahnung. Fuck! Ui, ui, ui. Stabil ist was anderes, Alter. Das ist echt anstrengend, hier hochzubauen. So, warte mal, jetzt machen wir mal hier unten hin. Schöne, schöne Party-Kanone. Weg mit dem Ding. Party-Kanone! Noll. Achso, du brauchst das ab. Oh-oh. Ich glaube, da solltest du irgendwo Reflektorenfleisch machen. Oh-oh. Ich glaube, da solltest du irgendwo Reflektorenfleisch machen. Das ist gar nicht mal so einfach, ey. Das ist halt nur Holz, was du da jetzt hast. Aber der baut halt auch nicht weiter, ne? Ja, das ist eine KI, die auf Normal ist. Wahrscheinlich ist die recht schwache in Wirklichkeit. Wenn du da mit dem Laser reinfährst, ist wieder alles down. Du musst doch mal deine Windturbinen upgraden, ne? Ich habe leider hier einen Vernichtungsrieg geführt, bei dem alles kaputt geschossen wurde, sobald ich es gebaut habe. Das ganze Game über, ich habe mich gar nicht upgraden können. Ja, das war aber dann von der KI, ne? Ja, ich weiß, aber ich habe die geholfen. Da kam immer wieder ein Mörser und der Scheißlaser, der jetzt gerade auch wieder da ist. Das muss gleich wieder zubauen, den Dreck. Ja, gleich schon. So, brauche ich mir jetzt meine Laserkanone gebaut? Ja, noch nicht fertig. Eieieiei, ist das spannend. Wenn ich den Schnitt jetzt gewinne, ja, dann bin ich der Held vom Eberfeld. Sicher, gewinnt das. Lauke. Ich frage mich, wohin deine Laserkanone ist, dann soll ich sie denn nicht mal sehen? Das ist das Ziel. Ich kann sie ja sehen, das ist ja wurscht. Ich zwingle, das ist doch egal, weil die KI kann ich nicht sagen, wo was ist. Die ist ziemlich weit unten rechts. Da wird es gerade, du kannst noch hochschießen. Das ist der Plan, ja. Das hoffe ich. Ich hoffe doch. Der Mörser kommt an. Ah, der geht dann eben. Solange du eine Türe nach oben hast, geht das auch. Also, da könntest du den Ulti ziehen, oder schnell Reparationsmalbenkreis. Oh, oh. Jetzt brauchst du das jetzt zum Reparieren. Äh, tust du Reparieren? Ja. Ah, fuck, daneben. Weil in der Phase kostet nur den halben Preis. Noch. Weil nicht mehr. Alter, dann. Wie lange dein Reaktor schon auf Dunkelrot ist. Echt? Das ist so gut zum Explizieren. Ah, dann ist das meiner. Okay, dann ist das wohl meiner. Denk dann okay. Oh, oh. Achso, das muss man. Oh, nice. Äh, wenn du die Kanonen ein paar Zentimeter nach oben nimmst, da hast du einen Reaktor. In dem Sinne, gleich. Da, wo die Metallstreben sind, wo die Kreiecke sind. Ja, aber egal. Dort, wo die Spitze ist, ja. Ist ja beim Julian auch so. Und bei dir war es bei allen so. Ja, ich habe ja vorgebaut, in dem Sinne. Ja, habe ich nicht gemacht. Hätte ich vielleicht machen sollen. Oh, oh. Ich glaube nicht, dass der Julian noch höher kommt. Dann werden wir gleich sehen. Oh, und wiederholen. What the fuck. What the fuck. Okay, krass. Okay. Oh, jetzt, jetzt. Sag doch, okay. Jetzt tue ich auch mal was machen. Jetzt hast du den Kran durchgemacht. Jawohl. Ja, da oben hat er seine Propellerin drin. Seine was? Seine Propeller. Aber du schießt viel zu weit hoch. Sein Reaktor ist weiter unten. Ja. Julian spielt sich mit dem Gegner. Er dominiert ihn einfach. Oh, Alter. Das ist genau auf deine Kanone gegangen. Da, da. Ich sehe halt so einen Reaktor nicht. Und ich muss halt gucken, dass ich... Wo die Spitze ist? Welche Spitze? Nein, so eine Spitze. So ein Metall, wie es bei dir aussieht. Relativ weit unten. Pack ein Dreieck. Ich habe das so zugespitzt, das Metall. Ach so, das ist in der Mitte, das Ding, oder was? Ja. Okay. Ja, fast unten, ja. Es ist schon schwer zu ziehen auf die Entfernung. Ah, ich kann ja nicht tiefer schießen. Oh, Mann. Weil die andere Kanone davor steht. Aber, keine Sorge. Ah, okay. Ah, das hat hier nicht genug Strom. Und tschüss. Leute. Oh, oh. Oh, ist gut. Die MG-Schützen hast du aber nicht geupgradet, ne? Das sind normale, oder? Ja, ich... Du hälst jetzt ab. Ja, nee, warte mal. Ich glaube, die abgegradeten können das nämlich nicht abschießen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Super, Reggie. Ich habe ja nur gefragt, er sollte es ja nicht gleich upgraden. Ja, ja. Er probiert es halt mit allen Tricks. Der Reggie. Ja, genau. So, jetzt kommt der Vernichtung. Also bist du auch immer viel zu hoch. Ja, ich kann mit dem Ding nicht tiefer schießen. So, ich dachte nur, weil die Waffe im Wege war. Ja. Beim Reaktor Prince. Okay, da kann nicht... Das ist ja abgegradet. Kann die Mörser nicht abschießen, okay. Nein. Nein. Zu wissen. Aber da macht es gar keinen Sinn für mich, die Dinge überhaupt zu bauen. Du müsstest nicht upgraden, ne? Ist richtig, ja. Ah, jetzt geht's besser. Okay. So. Ja, 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 ja. Da brennt die Hüte. Ui, da brennt Lichter, no, der Freund. Ja, das schaffst du. Easy. Ist der so geil? Sicher. A3-NMG-Schütze ist übrigens wieder abgeschossen worden. Ist wieder auf deine Kanone brennt, ein Laser. Geh weg, du scheiß Fliege. Ich hau ab aus meinem Weinklaas. Ich hab'n du, ist da. Ja, das ist die richtige Stelle. Ja, das brennt auch. Der Alarm ist losgegangen bei ihm. Easy. Jawoll, nice. Hast du einen Carrots? Boah, 40 Minuten, Alter. Ja, GG. Alter. Dann danke an alle, die es durchgehalten haben bis jetzt. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr neu seid am Kanal. Ansonsten einfach ein Like da lassen. Das wäre lieb. Und ja, noch einen schönen Tag. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020